Hallo Führer, jetzt gibt es hier mal die Kletterpanzraketen von Funke von 2018. Los geht es hier mit der Gfrühen. Immer wieder geil die Teile, dann die blaue. Dann als nächstes die Rote. Leiter über dem Haus. Dann die Lilane. Wurden auf jeden Fall stark verbessert. Und als letztes die gelbe. Also wirklich stirbt Raketen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.